ja hallo zusammen herzlich willkommen zur kalendertür nummer 16 heute möchte ich einfach nur mal ein wenig darüber reden dass es enorm wichtig ist sport zu treiben weil der körper braucht ausdauer kondition und kraft und das ist sehr wichtig vor allen dingen beim schackzeug spielen und ja deswegen tut mir den gefallen und macht sport das war's für heute vielen dank fürs anschauen macht es gut ciao